So, meine lieben Freunde, hier ist wieder der Cobra von Games4GamersTV und wie versprochen gibt es jetzt nun mein kleines Update zu meiner Roomtour. Für alle die, die meine Roomtour schon mal gesehen haben, das erste Mal habe ich die gemacht. Es ist schon ein bisschen her, jetzt hat sich so ein bisschen was verändert und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und ihr seht hier meinen neuen Schreibtischstuhl, der ist noch gar nicht so alt, den habe ich mir jetzt geholt von einer Woche oder zwei. Ne, von einer Woche waren es nicht, vielleicht waren es auch drei Wochen. Auf jeden Fall geht es jetzt hier weiter zu meinem Mikrofon, dazu muss ich nicht mehr viel sagen glaube ich. Das ist ein T-Bone 450 SC 450 USB. Hier meine Xbox mit dem schönen Gehäuse vom MLG und wie ihr seht hier auch noch die Call of Duty Ghost Dose, Monster Energy. Und Mindtap, mit dem ich ja in Zukunft auch bei Battlefield 4 den Commander Modus nutzen werde. Ein schönes großes Mauspad von Taito, von Rocket und die Tastatur von Logitech, die G15. Und was sich jetzt verändert hat, ist hier das Headset, das war vorher noch das Triton. Das ist jetzt hier das Astro A40, ein kabelgebundenes Headset. Kabellos fand ich halt nicht so gut, deswegen habe ich mich halt für das kabelgebunden entschieden. Mein zweiter Monitor, wo ich den ganzen Kram alles für die Aufnahme brauche, den BenQ Monitor, auf dem ich zocke hier. Ja, da kann man sehr gut die Presets hier durchschalten an dem Teil, ist eine sehr gute Sache. Braucht man nicht mehr einen Monitor vom Himmel. So, wie ihr seht, meine Ava Media, mit der ich das Ganze aufzeichne, die ganzen Konsolen Gameplays. Und ja, da oben noch meine Webcam, das ist eine Webcam vom Logitech, Full HD. Hier noch meine Boxen von Logitech, wie ihr seht, viel von Logitech. Hier nochmal der Monitor, da hinten, was da so blau leuchtet, damit schalte ich hier den ganzen Strom aus. Und jetzt kommen wir zum Herzstück, das ist mein Rechner. Das ist ein AMD, 6-Kern, ein bisschen staubig jetzt oben drauf, muss ich mal wieder abstauben. Ja, der Subwoofer für die Boxen oben. Und ja, hat sich ein bisschen was verändert, der Schreibtisch hat sich auch verändert. Ich habe mir so ein bisschen, ja, ich brauchte ein bisschen mehr Platz auf dem alten Schreibtisch. Für alle die, die meine alte Roomtour gesehen haben, die haben gesehen, der Schreibtisch war schon ziemlich eng gestellt. Dadurch, dass ich jetzt zwei Monitore habe, musste ich ein bisschen mehr Platz haben. Ja, was wird sich jetzt noch verändern? Ende des Jahres kommen natürlich die Playstation 4 mit dazu. Da muss ich die Xbox wahrscheinlich hinten da abkabeln, da kommt dann auf jeden Fall die Playstation 4 hin. So, hier nochmal mein MLG-Controller. Den sollen eigentlich auch viele von euch kennen. Da kann man hier so ein bisschen dran rumbasteln, kann man hier was abnehmen. Und das Ganze halt vom Faceplate oben verändern. Ja, meine Maus, das ist eine Maus von Razer. Und hier nochmal mein Mikrofon. Das Ganze habe ich an so einem Stativ dran, das habe ich da schön in eine Ecke gestellt. Und ja, ist nichts Wildes, jetzt keine dicke Room, also keine große Roomtour jetzt, also keine großen Veränderungen in dem Sinne. Hier nochmal meine CPU-Auslastung. Ja, wie ihr seht, Call of Duty Ghost liegt auch schon da. Habt ihr ja wahrscheinlich schon im letzten Video gesehen, dass ich da schon angefangen habe. Hier noch ein kleines Notizbuch, wo ich mich hin und wieder mal ein paar Notizen reinschreibe. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi!